Adelina Zieler legt sich unters Messer. Als Freundin von Mola Adebisi, 49, war die Blondine den Fernsehzuschauern in der vergangenen Staffel von Das Sommerhaus der Stars bekannt geworden. Nach ihrem Auszug aus Promispiele-Show war es eher ruhig um das Pärchen geworden. Jetzt sorgt die Theologiestudentin aber für Schlagzeilen. Adelina lässt sich die Brüste vergrößern, jedoch nicht wie erwartet mit Silikonimplantaten. Im Interview mit RTL erklärte die 34-Jährige. Sie lässt sich ihre OP-Erweite ganz ohne OP aufhübschen. Stattdessen wird die sogenannte Hydrophiler-Methode angewandt, bei der die Brust durch Injektionen schrittweise aufgefüllt wird. Für Adelina erfüllt sich damit ein Herzenswunsch? Ich habe mir wirklich überlegt, was ich machen lasse und dementsprechend, es wird ganz natürlich. Doch was hält Mola von den Plänen seiner Liebsten? Wenn es nach dem Moderator geht, müsste Adelina den Eingriff nicht vornehmen lassen. Dennoch steht der frühere Viva-Star seiner Partnerin bei. Sie will das, und ich unterstütze sie. Vierer B Untertitelung des ZDF für funk, 2017